Nee, nee, bloß dann siehst du, wie es bei mir ausschaut. Das müsste bei dir eigentlich ähnlich ausschauen. Das müsste bei dir eigentlich ausschauen. Mein eigener, aber ich kann das einfach so machen. Ja, ich schraube mir komplett anders aus. Und das? Und hier die Laufgeschwindigkeit. Ja, das ist so, weil ich kann es nicht lesen. Ähm, das... Bei Szene 2, war das eine normale neue Szene angerichtet, oder was? Nein, bei Quelle, nicht bei Szene. Ja, das sieht bei mir komplett anders aus. Einfach hier bei Quelle, rechtsklick, hinzufügen, Text. Ja, 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 ja. Echt ohne Scheiß. Ah, ich hab wohl ein neues Ding, ne? Ja, das schaut bei mir komplett anders aus. Oder dann hast du, äh, man kann hier, äh, äh... Du hast ja auch, rechts bei den Quellen, hast du ein Häkchen, was du anschaltest, ja? Ja, klar, dass ich, je nachdem mit wem ich spiele, Häkchen reinmachen kann. Ja, äh, das schaut bei mir komplett anders aus. Was für ne Version hast denn du? Okay, ich hab die 0,65, 9b. Die Muster, wenn du jetzt zum Beispiel mehrere verschiedene hast. Ja, ich hab die Muster, wenn du jetzt zum Beispiel mehrere verschiedene hast. Ja, ich hab die Muster, wenn du jetzt zum Beispiel mehrere, hilf Mal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.